Ja, ich bin der Vater von Norman. Und du heißt? Kalle. Und da ist der Hartmut. Und jetzt gehen wir in die Kabine. Und da steht der Norman. Hallo. Tag. Hi. Was machst du hier? Ich hör mir gerade deine Pilotstimme an. Ah. Sehr gut. Das ist doch voll gelogen. Du machst dich darüber lustig. Na, Quatsch. Halt mal, wir gehen mal von hier. Da können wir dich besser sehen. Jetzt ist deine Stimme weg. Tja, dann weiß ich auch nicht, worin das liegt. Also, wie ihr gerade seht, nehmen wir hier das neue Album vom Norman auf. Gibt es da schon eigentlich einen Titel, wie das Album heißen soll? Nein. Vielleicht. Meine Gefühle fahren Achterbahn. Ich weiß es auch nicht. Ich auch nicht. Lass uns überraschen. Lass uns überraschen. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.